oh ist ja gut willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal rams ist der dicke und es ist soweit der nikolaus ist da beziehungsweise der 6 dezember ihr wisst was das heißt ich hoffe ihr habt alle eure stiefel rausgestellt habt ihr schön geputzt dass da dann was drin ist oder so süßes wie an halloween ihr kennt das süße sonst gibt es saures der adi ist schon ganz gespannt denn wir haben zwei pakete bekommen vom hannes der hat mir ein nikolaus paket geschickt und pupsi hat er auch ein nikolaus paket geschickt was zeitgleich auch ihr geburtstagsgeschenk mit sein soll deswegen ist ihr größer als meins adi ist auch da die hat auch bock der ist schon ganz gespannt pupsi will nicht erkannt werden die adresse darf man auch nicht sehen und pupsi versucht jetzt mal die pakete aufzumachen wir schauen dann mal rein dass das grüne das gelbe das erste ist also für mich ist meins steht drauf vorsicht glas ist da etwa bier drin du riechst übelst nach zwiebeln da lag ja auch gerade eine in der sofa ritze und die habe ich noch gegessen weil die vorhin aus dem döner rausgefallen ist so gucken wie lange sie braucht um das paket aufzumachen da ist es schon einfach auf wir haben keine zeit wir müssen uns beeilen was habe ich gesagt bestimmt schokolade bestimmt wieder chips und bestimmt irgendwas von adi einmal kessel chips zum nikolaus mit sweet chili und red pepper sweet chili klingt auf jeden fall richtig genial beziehungsweise stehen hier lesen mal vor was da im deckel steht ein schoko nikolaus und die schokolade ist für deine mama die katzen sticks sind für adi und der rest für dich ich wünsche dir einen schönen nikolaus dein hannes ok also das ist meins ja guck mal der ist schon kaputt armer nikolaus der ist kaputt den kriegst du das ist für deine mama ach so dann kriegt die den halt gut google play auch für mich gut oder für einen adi für seinen account dass er endlich level 40 wird wie geil was war das das ist ja auch für die mama oder nicht ne einer einer oder 12 also die mama kriegt immer noch den kaputten dann haben wir winter kipferl kipferl wind also schokolade mit kipferl geschmack löscht zwerg cola orange energy das kann man mal testen in der ramses küchenfolge oder adi was sagst du dann Adi hier für dich nochmal Adi hier auch für dich hast du noch was für Adi nein aber pass auf Adi ich geb ihm einfach nochmal eins so übelst cool scharfe kiste sind das chilisauce ja scheinbar scheinbar chilisenf vulkansenf und sauscharfer senf also sauscharfer senf von algenburger vulkansenf hier steht pikant sauer scharf feurig scharf und sehr scharf also dreimal senf von altenburger die haben ja glaube ich auch diesen trappi senf mal gehabt und diesen flamingo senf im p kalender im p kalender da kann ich mir jetzt immer die raid tage und die wwe großveranstaltungen eintragen und oder ich geb dir der mama die mama sammelt kalender die mama muss nämlich immer einen kalender haben und alles mögliche eintragen du weißt du willst nicht gesehen werden deswegen darf ich mich hochfilmen ansonsten haben wir hier noch Zeitungspapier für Adi und nochmal Zeitung für Adi und hier noch sogar Zeitung für Adi und nochmal Zeitung für Adi und nochmal Zeitung für Adi das tut er ja wieder dran rumnuckeln so dann tun wir das jetzt mal weg du kannst so lange schon mal aufmachen Adi Adi Schatz oh schau mal schau mal schau mal schau mal schau mal wirst du gleich ein Stick wenn wir fertig sind ja gut das muss man wieder zu halten das nehmen wir weg das zeigt mal hoch und dann haben wir hier eine Karte so so du glaubst also du hast deinem Geburtstag ein super tolles Geschenk verdient du hast zu deinem Geburtstag meine ich also wirklich so jemand wie du verdient doch mehr äh noch was verdient doch noch viel mehr als das mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen alles Gute zum Geburtstag ganz viel Liebe Sonnenschein ohne Ende Gesundheit und endlich viele Freunde alles Glück der Welt ich wünsche dir alles alles Gute zum Geburtstag in Liebe Hannes sag Adi lässt du die Sticks in Ruhe da gibt es auch Google Play Guthaben damit du endlich mal Level 40 wirst ich bin Level 40 ja auf allen Accounten oh süße Katzen dann ein Katzenkissen oh süß ich liebe Katzen darf ich das hier schon mal zeigen liebe Katzen das sind nämlich auch Mandel sogar Wintermandel also ich hab Vanille Kipferl äh Kipferl Schokolade guck mal du hast Mandelschokolade eine Mieze Katze da ist eine Mieze Katze Konkurrenz von Adi oh Adi guck mal neue Freunde Konkurrenz von Adi ne ok dann einmal Hartz Seltzer Typ Black Sherry gleich testen für warmes Kind guck mal mein Nikolaus ist ganz dann äh Mama ihr Nikolaus Meiner du hast ja schon den kaputten Meiner Meiner dann haben wir Katzenzungen haar marmoriert ok so eine Packung habe ich auch noch nicht gesehen Molli dann für Molli genau hier Adi nimm guck mal er ist selbstständig wieder in den Karton gekrochen nein los Adi nimm und nochmal Mandel da können wir doch tauschen ich nehme Mandel hast du das nicht nur wieder reingelegt stimmt das war gar nicht zweimal ich habe es nur wieder reingelegt hier hast du noch einen IMP Sticker ne ich krieg den Kalender du kriegst das Kissen fertig und Adi weil das so lieb war wollen wir dir natürlich noch einen Stick geben ne ob ich das hinkrieg wir machen den mal auf dankeschön lieber Hannes uff ih das stinkt wenn das da rauskommt hier Adi probier mal nein nur kurz ok ich glaube der Adi ist auch zufrieden er ist jetzt mit seinem Sticker einfach abgehauen Adi wie denn normalerweise macht man den da auseinander und gibt den so stückchenweise immer was aber ich glaube der ist für heute bedient es ist doch weiter und weg ist er wunderbar das wars dann von meiner Seite aus von unserer Seite aus grüße gehen raus an Hannes Pupsi ist sehr glücklich glaube ich wird das jetzt ein neues Kopfkäse wenn es mich nicht wegnimmt kannst du ja wie ein Opa hinten auf die Hutablage legen schon durch die Gegend fahren schon durch die Gegend fahren immer nee da hab ich doch immer Mut das war es auf jeden Fall von unserer Seite aus wir sehen uns beim nächsten Mal was habt ihr Schönes zum Nikolaus bekommen schreibt es mal in die Kommentare hat euch auch der Hannes was geschickt grüße gehen raus danke auf jeden Fall für alles wir werden uns sehen beim Rollramble wäre das natürlich richtig genial sieht schlecht aus aber vielleicht ist es ja doch möglich das war es jetzt von unserer Seite aus wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin peace out vorhaut euer Ramses Tschüss